Hallo Leute Herzlich Willkommen zum neuen Livestream Ich möchte euch gleich mal was vorlesen Also ich lese euch alles für heute jetzt, was mir für heute geschrieben wurde Ich schicke kurz den Link hier von diesem Livestream Nochmal ein paar Leute Den ist sehr klar Und scheiß Fortnite So So Einen Moment So Ich lese euch als erstes vor, was auf Insta geschrieben wurde Einen Moment Ich suche das Video Ich habe nämlich ein Real-Life-Video hochgeladen Ich habe nämlich nicht gezeigt, weil ich nicht Bock drauf hatte Ich hoffe, ihr verzeiht mir deswegen auch Ich lese euch vor, was die geschrieben haben Es sind sechs Kommentare Einer davon ist gut Da hat jemand geschrieben Vor 34 Minuten, dummer Spaß Der gute Kommentar von Tarana Fassort Hat geschrieben Ich habe keine Instagram Ist okay Das verstehe ich Weil ich habe ja auch gesagt, dass jeder, der Instagram hat Der mir immer kurz helfen soll, weil das ist echt widerlich, was Leute so machen Und dann hat jeder, der eine geschrieben Von Wie der gleiche Hat dann geschrieben Auch wieder vor 35 Minuten Das war doch gar nicht so gemeint Ah ja Rosa Alles klar Ja Rosa, hör mal bitte einfach mal zu So Hat jemand geschrieben vor 35 Minuten Das war doch gar nicht so gemeint Also das ist nämlich der gleiche Account Und mich ist nämlich nur ein Junge Der das macht Hat dann geschrieben Auch wieder vor 35 Minuten Alles immer irgendwie im vollen gleichen Takt Hat geschrieben Erstmal ein Like, Schnuggi Hat zwei Aufrufe Klar, er hat sich selbst ein Like gegeben Und hat den, äh, von Zubis Na, den anderen Also der andere Noch keiner, äh, Account Nur halt der gleiche Mann Hat, ähm Hat halt ihm auch wieder ein Like gegeben Na, so Hat der gleiche wieder geschrieben Vor 34 Minuten Na, alles Minutentakt Ähm, du wolltest einen Kollegen schlagen Jetzt gibt's Retourkutsche Sind bald fertig Hör einfach auf Wir sind anonymos Gibt sich natürlich selbst Likes Mit zwei, mit seinen zwei Accounts So Cool Ich wollte einen Kollegen schlagen Ah ja, muss los Ich schlage auch irgendjemanden Genau So, das ist, äh, hier auf YouTube passiert Jetzt lese ich auch, äh, was auf Instagram passiert ist Einen Moment Ich muss es natürlich finden Ähm, wo ist denn die erste Nachricht Das sind zu viele Nachrichten Ah ja, da ist es Ähm Sorry, tut mir leid Rosa, bitte Hör einfach zu So Er hat geschrieben Man sieht sich zweimal im Leben Warte, ich geh nochmal rein Ich schau mir Ich lese das alles vor So Hat er geschrieben Bock auf Bildertausch, süßer Gold Drago 03 Leute Gold Drago 03 Wie heiße ich? Gold Drago 02 Ich heiße überall so Gold Drago 02 Und er hat einen fähigen Account gemacht Mit Gold Drago 03 Hat geschrieben Bock auf Bildertausch, süßer Ähm Dann hat er noch geschrieben Die Lümmel Alles fit im Schritt Was geht? Dann hab ich ihn wieder gelöscht Hat er den gleichen Account nochmal gemacht Alles gleich Hat geschrieben Na, süßer Ähm Warte, ich such mal nochmal Vielleicht hat er es nochmal gehabt Ähm, nein Okay So, dann hat er den 88 Account Gold Drago 88 gemacht Mich auch beleidigt Was ich auch nicht schön finde Ähm Dann hat ein Lea und Schulz 2 gesagt Ich sag extra den Namen Damit ihr alle mal ihn anschreiben könnt Äh, wenn dein Vaterdicht nicht absticht Mach ich es Das war meine Drohung Na Hat er geschrieben Wenn du keine Angst hast Wenn du keine Angst hast Erde mich auf PS4 Den Namen sag ich nicht Weil das ist ein Ja Kann man gar nicht aussprechen Mitdruckung ist, ja Ähm So, hat er geschrieben Dann wollte er, äh Hat er gesagt tatsächlich Ja, kleines Kind Aber es sind beide 16 und geiler Pisser Da wird wieder eine Beleidigung Ähm Er hat gesagt, dass er mit Tattoo aufgeklebt ist Ne, sieht irgendwie nicht aufgeklebt aus Ist klar Ist hier auch ein etwas Neueres zu tun Aber ist hier aufgeklebt, Leute Es ist ein echter Ich kann ja eventuell mal ein Video machen auf Youtube hier Wo ihr Wo ihr das seht Dass es nicht aufgeklebt ist Dass es normal ist Ein echtes ist Wie ich dann versuche abzukratzen Oder abzu... Ob sie... Oder abzuwaschen Es geht nämlich nicht Es ist mir nicht ein echtes Das ist ein permanentes T-Do Ja, Tarana brauchst du nicht, macht nichts Äh, es wird... Es wird... Kein aufgekratzt Äh, kein... Aufgemaltes Es ist nichts Es ist ein ganz normales richtig Statur So, hat er Leon wieder geschrieben Ey, antworte doch mal Hast du Angst? Ne, ich hab keine Angst Ich hast sowas nur Na, hat jemand geschrieben Mann, äh... Hat jemand geschrieben Der Mann white but the official Geschrieben Warte mal, ich kann sogar schauen Wie ich vielleicht auch nicht knert Das ist ein offizieller Account Ne, kann ich sogar mal das kurz melden Na, weil das ist ja auch irgendwie so ein... So ein kleiner Spaß, ne Ähm... Leon Müller Hai Ja Ich muss kurz essen, der Komisch Okay, ähm... Ja Natürlich hab's für natürliches Verkehrt gemeldet Weil ich einfach dumm bin Das war unangemessen Einen Moment Ich bin einfach so dumm So, Spam Ne, ach, das war kein Spam, man Welten, unangemessen Das will ich nicht Konnte melden Genau, das war's Genau, ich hab' gemeldet Upsi Bin ich dumm, Mann! Okay, das war das Gleiche So Äh, äh, sorry, 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 ich such's grad, ich such's grad So Moment So, das Tattoo soll angeblich aufgeklebt sein Ist es nicht Ähm, dann hat er geschrieben, dass ich ja Angst haben soll angeblich Ähm, ja, genau Leute Ich habe eine Frau aus China Ich habe eine Frau aus China Hat mich beleidigt Ja, sowas ist einfach auszuteil, wisst ihr Ich meine, wie kann man einfach Jemanden mobben, der einfach nichts macht Ich bin einfach nur ein Junge Der YouTube machen will Und seine Sache auf Instagram postet Mich kann man, mich sollte man nicht mobben, ich hab' einfach nichts gemacht Ich meine, klar, ich hab' letztens, äh, jetzt gestern Nacht, äh, ne, gestern, ne, gestern Abend Also Haben wir ein bisschen Streit im Clan gehabt Sind welche rausgegangen Der eine heißt Gianluca Kennt den, glaub' ich, noch Der hat ja auch schon mal ein Film, ähm, geschrieben Wenn der nachher online ist, nehme ich hinaus noch die, äh, Insta-Rechte, äh, die, äh, die Die, äh, YouTube-Rechte weg Also, der ist ja, äh, der ist ja Moderator Na, das muss ich ihn irgendwie klauen Ich weiß nicht, wie das geht, während der offline ist Ich bin einfach zu dumm Ähm Ja Ich kann ja mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege Das wäre ja natürlich bei den Einstellungen, oder nicht Einstellungen? Müsste das sein? Und dann Übernachrichtigungen Ich weiß es nicht Warte, 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 ich geb's mal kurz bei YouTube ein, äh, bei, äh, Google ein Weil ich versuche schon irgendwie jetzt zu bannen Wie klar, äh, wie kann ich einen Moderator auf, auf YouTube lösen? So, mal schauen Und dann Reinknallern kann man da Kommentar-Moderator Ah, ja, da steht's ja Okay Das ist Support Google Support Google Kennt sich aus Ähm Cool, da erklärt mir nur, wie das geht, wie man dann macht Das wollte ich nicht wissen Das wollte ich nicht wissen Egal, ich find's allein, ich find's heute schon noch raus Ich find's dann, wenn der Wie hier in den Chat schreibt Und wenn der andere, äh, äh, Kommentare löscht, seh ich das natürlich auch Ist ja logisch Und, ähm, ja Also Leute, ähm, ich möchte noch sagen Ich, eigentlich war's ja voll der gute Tag am Anfang Ich bin gestern bis 2 Uhr nachts aufgeblieben Ja, ich auch Ich hab ja gestern voll die Probleme gehabt Da hab ich ja auch wieder Probleme Und jetzt verpiss dich doch, du verfickte Fliege So, ähm Ich weiß nicht, was ich jetzt machen werde Wenn der Glory, dieser Pisser, endlich mal online kommen würde auf WhatsApp Würd ich ihn mal anrufen können Und das mit ihm mal klären Weil der ist ja Einer, der helfen kann Ähm Ich werde auf Insta eventuell mein Account Und der hat mich übrigens erpresst, ne Leute, der hat mich erpresst Das war irgendwie voll komisch Der hat, ähm Der wollte, dass ich meinen YouTube-Account lösche Und meine Insta-Account lösche Wenn ich das nicht mache, macht er weiter Ich schicke, er macht ihr weitere Accounts mit meinen Bildern, die ich gepostet habe auf Insta Und, ähm, mit ganz vielen verstörenden Sachen Also perverse und, ähm, hitlerische Sachen postet der dann, ne, und So was ist einfach nicht Und, ich geh mal zu ihm rein Dann kann ich mit dem das auch reden Leute, der ist ja eigentlich auch einer, der immer klar Draufgeschmissen wird Oder ist Hi Johnny Cash, möchtest du irgendwas sagen? Leute, ist der in der Party drin? Einen Moment Leute, auch nicht, ich kann nicht nachgucken Johnny Johnny Opachen Ja Leute, ihr seht ihr Na ja, da ist er Na ja, da ist er Hörst du mich? Hallo Ist der gestört oder so? Ich glaub der ist echt gestört Ohne Scheiß jetzt Hallo Na ja, da geh ich halt eben raus, du Missgeburt Ganz ehrlich, das fack mich so ab Wie kannst du bitte schreiben? Äh, ich hoffe, er kann irgendwas machen Und schon slack Goldrago Ey, ey, ey called grob shop 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 Ähm, du bist auch Insta mit mir befreundet ne? interacts mitods ох Fenster spaß goldrago ich bin auf dein channel ich werde aufs übelste gemobbt den ganzen tag ja hier jetzt live kein schöner tag ja bitte gleich bei dir guck mal da den chat an achso ok warte auf über insta soll ich dich soll ich den top angucken äh ich leute mal etwas anderes so achso mach ich mal ey ich muss mich anzumelden ne alter arschlecken du musst ja nicht schreiben ich guck dein stream jetzt über äh dingos du musst ja nicht schreiben ich guck dein stream jetzt über ne du musst ja nicht schreiben ok äh dann drück mal breit ähm kannst du mal bitte kannst du mal bitte ganz kurz was machen kannst du mal auf insta irgendwie deine meinung darüber schreiben wie die mich mocken oder warum die mich mocken weil da habe ich mich eben ein post gemacht von mir ein normales foto von mir und dann haben die mich einfach sofort gemobbt mich beleidigt und so was ich eigentlich voll scheiße finde ne der hat mir auch gedroht dass ich meinen account youtube account und äh meinen insta account löschen soll sonst macht er weiter du hast ja gerade im chat gelesen hat jemand das geschrieben ne das ist so angeblich ein schöner Tag für ihn ist ne so der hat der heißt sogar Jerry Gold Drago der hat mich nachgemacht hat auf Insta auch drei viermal ja grüße gehen raus an den Typen ja danke na gut ne na gut ne und ich habe gesagt grüße gehen raus ne na gut ne aber dann drück mal rein mein lieber naja aber das ist echt scheiße mhm das geht gar nicht ich bin gleich voll am ließen das tut grad voll wie in der Nase nein schwarz ähm ey äh Biest hallo wie ich ey Digga er heißt einfach Jerry Gold Drago Digga er heißt einfach Jerry Gold Drago Digga er heißt Jerry Gold Drago so ein Hurenso ne hallo Biest 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 Digga was denn los Digga was denn los ich weiß es nicht aber ich bin gleich zu Hause ausrasten sag mal mal ne warte ganz kurz Hut größer machen ja ich mache auf jeden Fall sowas das Map also Rotations ein Moment ich muss ja kurz ein paar Beweisbildern zu einem Schwanz zu schicken so ich tue mal kurz ein Foto machen vom Chat was alles gegen mich ist mhm ja ich muss nur kurz ne äh ich muss nur kurz äh Screenshots machen vom Account Hi Leon äh äh sieben zuvor 8 9 ja ich glaube es sind wo war denn okay dann wird in der Schule jede drei Schule gemacht ja Aua Aua das hat sie getan hast du schon was angemacht? Hort Elias Ehre ey das sind äh alles die äh diese 7 8 9 Zuschauer das sind alles die bestimmt komm mal hier rein hier das sind genau was sind das ja toll das hab ich hinten auch gemacht ja hallo ich bin der coole Junge ja 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 da tanzt du nicht mehr warte ich muss bekanntschaft mit euch machen hier goldrago ich muss mein der ist 13 auch schon recht gute stimme und er ist ein netter und mein ja da findest du finde ich auch lehren der leon hat geschrieben egal wo bist du ja falter nachschlecken und du kriegst jetzt so ein quickscope artiger er hat die cold was machst du er ist der beste er ist der allerbeste spieler der welt du bist es einfach hat meine frau hans peter ich muss ja meine freunde zu beleidigen höre meine freunde zu beleidigen das gibt stress ich weiß wie ich zu dir komme also solltest du es lassen jeder die kann ich was stress richtig schreiben alter meine freunde hallo jerry höhere freunde okay wenn es ist so traurig leute ist so traurig die kann die schreibt sollte und dann st ja moin hans peter erstens cool geschrieben ich kann nicht mal solltest treiben alter kann ja sein dass sie älter als ich sein mag aber trotzdem das ist locker so ein kleines kitty ja ja ich bin scheiße schau mal dich hören warum hast du mein kill bekommen alter ich habe in den stream geguckt ist wie ich sagte ich die ganze zeit aber du hast die läge drin ich muss halt nur ein paar konzession ist muss ich jetzt den ganzen sachen machen bleib aber bei youtube kummer du hast jetzt 8 9 19 stream alter bleibt doch bleib auch mach auf jeden fall youtube weiter ich war es fängt immer klein an und wird größer und größer alles ach ich jetzt zu zweiter drin stimmt nein meine fresse gold 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 drago 2 auf insta alle müssten ihn fragen er ist ein guter mensch du hast zwei wenig recht schreibfehler aber das ist gut dass das gold drago ist best youtuber ever so eine pussy bist du sagst du mir geschrieben cool danke ich habe zwar keine position ich bin keine passiert aber cool dass du schreibst ich komme gleich zurück ok ok wenn ich kraft bin lasst alle ein leichter spaß ich werde echt zu wenn alle wenn er kraft ist dann lassen bei mir da dies realist hat sogar trago abonnieren wer ist denn auf youtube ich habe ich noch mal habe ich mit damit getroffen ja hast du nein deine mutter deine mutter schon account übrigens hier ist deine mutter ah ja meine mutter ist gerade ein wenig war mit dem stiefvater kaffee trinken daher cool danke cool danke jetzt lehren tv so ich muss erst mal den mutter schicken wie ist oder wir haben sich auf youtube hier heißt nur mit als auch mit unterstich und unterstrich youtube ist oder weil ich vergess die ganze zeit dein namen wie heißt du noch mal ein ich weiß nicht irgendwie ja gold drago heißt jerry nur damit und ist jetzt da und feld anädiger noch nicht da und hier da muss nachhelfen nein lasse ich ein jünger pisse ich digga blum ganz froh sein dass ich blumen habe kann nicht reduziert wer kennt aktenzeichen möchtest hat bezeichnen wer kennt nicht zurück nein 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 ich lade niemanden einher heute ne eigentlich hatte ich vor warte kurz zu machen mit der community die ich hier habe aber ich mach das nicht weil ich hab keine frage ehrenmann ey digga warte kurz ah eins geins gold 302 ich bin ich bin ebenfalls zurück das kann ewig weiter gehen wollen er kann es mir ist egal ich tue ich war den blocken kann ich die ganze zeit weiter blocken und wenn es weiter mache zeige ich dir sogar an das war da die da ruhe aber du es ehrlich sein zappet die ihre kartops genommen nein du so ich baller sie jetzt in erzwecken die fresse und dann hast du dir den selber reingeballert jetzt später auch noch mit ihnen ich glaube ich natürlich macht ab dem minigun weg kommt bevor ich mich noch vergessen mal da kommt noch so ein gold trago 0 2 ich weiß wirst du gleich wird mir zu bunt nein zum glück bist du gewünscht ich bin auch in deinem rift gefallen ich weiß was gemerkt auf einmal hat es so nach hinten gesteuert ja abonnenten hatte 56 jetzt erst ok aber ich bin echt krass in fordnet oder nein ok naja ist ja nur so dass ich dein doomete bin aber naja du brauchst hätte kein werk beide gleich krass sein ja ich will nicht mehr damit sein weil du gesagt hast bin ich achte du bist krass habe ich vergessen zu sagen ja äh lass mal du mit ähm 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 äh ähm ja ich hab's gewinn du bist der best spieler der welt nun du bist der beste ich liebe diesen hängengleiter und dieses sohn eigentlich unterschließen ich wollte diesen ist voran schießen hey du irrenwäsche der ist einfach nur nein wir sind ja aua 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 Spieler bin ich, by the way. Ich auch. Ich bin Skaff-Controller-Spieler. Ja, Digga, es hängt mal ein Skaff, bitte. Ich brauche unbedingt ein Skaff. Ja, mein Tag ging eigentlich ziemlich gut an, weil ich habe heute einen Quali zu Ende geschrieben. Aber ich habe keinen Bock selber zu kaufen. Ich wollte, ich habe heute meinen letzten Quali-Test gehabt und wollte eigentlich einen vollen geilen Tag haben und wollte dann eigentlich auch noch Community zocken mit allen, die halt zocken wollen. Aber jetzt, weil alle beleidigen, mache ich erstmal gar nichts. Das Team ist eigentlich nur noch mit Freunde. Alle, die dann weckern und sagen... Nee, aber will nicht jemand von euch mir einen Skaff schenken? Das mache ich nicht. Ach, du Pisser! Falscher Gegner. Falscher Gegner. Egal. Ey, jagt mich halt komplett in die Luft. Nein, ich wollte es kaputt machen. Ja, ich wollte es kaputt machen. Du, du willst doch den Spaß nicht. Nein, ich wollte runtergefallen. Es baut nicht. Lüge hat aber noch nicht den Kill bekommen. Du... Kleiner Golem-alp Plato. Ja, das wäre nun echt geil Lüge. Tollemí, dollemí, dollemí 71 Manz Spass. ich glaube das war wieder die eine die nicht schreiben kann natürlich gebe ich dir keinen nein sagt der geist und so tut er lebt jerry jerry ich bin so los ok jetzt übertreibst du echt kopfmann ins team alter warte ist du bist so jetzt auch ins sohn digga hat mir ein mob geben ja wenn du reinkommst wenn du mal kurz einmal schreiben warum bin ich jetzt auf kreis deine mutter ich hoffe den falle streckt echt mal und spaß jetzt ihr goldfragen und zwei Ok, ich bin drin im Sprean Ja, du musst mal kurz schreiben Ich bin Luxi, ja warte Äh, Zone moved Oh, das war so knapp, das war so knapp Oh, ich bin einfach über die Rockets gesprungen Lul Ach, Digga, ich muss mich kratzen Ja, dann kratzt ich An deinem Ohrschloch Ich bin mal bitte Ey, ich sag's immer Ja, bis jetzt ein bisschen runtergegangen loll ich gebe dir sogar noch mit ja okay ich schreibe mal ich hab was reingeschrieben so und jetzt gehe ich fett auf den Massenwohnen alter was wollt ihr nicht was Goldrager nur zwei warum warum bist du so ein kleiner Wichser und tust mich kopieren äh meinem Unternehmen kann der Mini Schwänzchen Schwänzen ah deswegen bist du auch einer Schubert, Tim, du will ja nix selber und verpiss dich immer auf diesen Kanal genauso wie du kleine Faker ich hab reingeschrieben ne ja ich hab dir auch Moderator gegeben nick du hast hier Luxi spams der T ja der bin ich ja hab dir jetzt die Rechte gegeben du kannst das machen was du willst äh ja ich hab dir die Rechte gegeben jetzt du kannst ähm jetzt kicken was man willst äh wie du willst äh äh ja weiß ja glaub ich das mit Moderator geht hm hab er begeht ne ja 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 Lück? Hab ich dich getroffen, Lück? Ja Halt's auf Ich wollte dich unbedingt killen Ey, warum ausblend dich? Will ich doch kicken, Alter Eifer-Noodle-Suppe kann man mitmachen Warum fragst du? Eifer, dass mir ein Mop-WG macht Gerne Ich kann dir eigentlich doch So, jetzt weiß ich Bescheid Wenn noch einer Scheiße baut Ähm, du bist wieder da, cool Ich wollte grad die Nachricht von Gold Drago, der kleine Go löschen Weil der hat mein kleiner zu dir gesagt Vor allem er hat er wieder Go falsch geschrieben, ne? Ja Also wenn ihr schon, äh, Leute mobben wollt, beziehungsweise beleidigen Dann schreibt doch bitte mal was richtig Lück? Fuck aus Ne, wir haben hier alle Lese und Schreibschwäche oder was? Weil er ist alle Er schreibt Go Aber du kannst besser Deutsch als die, nicht böse gemeint Ja Ist er halt echt so alter? Nein Nein Ja, nein Easy win So, jetzt guck ich mal auf Youtube Ey, ich geb dir auch Mob wenn du willst, ne? Mhm Aber du bist ja ein Freund von Lück und ich lück, äh, und ich glaub, äh, und ich vertraue dir, ne? Wenn Gold Drago, der kleine Go weitermacht, kriege ich ihn Gold, äh, Drago, ein Unterstrich, ja? Äh, Gold, äh, Gold, äh, Unterstrich Also Gold, Unterstrich, Drago, 0,2 Ohne Unterstrich, Minus Find ihn irgendwie nicht Lüg, schick mal das Link Du musst du das nehmen, nicht unterstrich Hab ich doch Nach dem Drago und kommt, äh, äh, hier, Minus Ey, bitte, schieß mich mal nicht an Hab ich doch Nicht nach dem Drago, Minus Gold, Minus, Drago, 0,2 Ja, mein ich doch Hier habt ihr geschickt Hab ich geschickt Okay Erstmal streamliken Ja Ja Jürgen Ja Jürgen Ja Komm, ist Ja jetzt auf diese distanz kommt damit aber ich kenne ich kenne ich kenne bitte ganz kurz geben ok moderat zu schauen schreiben irgendwas dacke aber ist doch gut du hast du kannst jetzt genauso wie lück alle die leiten alle klicken die eifernudels oder wenn du mitmachen willst und abonnieren und ja bleibt er lassen logischerweise sehr was bitte nicht kicken ich bin ein verbündeter deswegen heißt auch gold drago weint gleich der name ist provokant oder das machen die ganze zeit die machen so viele irgendwann habt ihr zu viele adressen und ihr werdet einfach von eurem haupt willst du dass das jetzt machen oder machen ist einfach kannst du machen weil wenn die das einfach machen dann muss ich auch nicht kicken weil das mobbing ja ich würde gerne ich würde gerne kicken lassen also wenn das gleich er hat geschrieben ersten verbündet aber trotzdem halten wir sind hier nicht bei tom klanzig gewissen oder so weiter verbündet so bei diesen typen klicken ja ja kicken einfach ein fern oder oder blockieren entfernt nutzer ausblenden ganz ehrlich die zeige ich alle an warum schreiben die sowas ich habe gestern ich habe einen eigenen klar und ich habe gestern ein paar probleme gehabt mit denen und die wollten mich strecke machen und ich wollte die dann kicken habt ihr auch gekickt besser gesagt nicht ich sondern glody und ivan und ich halt und ja dann habe ich halt die geblockt und ja ach ich brauche neue mitglieder wollten klaren sein wer ist der clown ja ist der clown ich glaube du bist logans zufälligerweise ich habe erst so noch und da ist schluckhalter gottnot keine mensch mehr was lächerlich da geht es so lang ja hat es keine chance glück hrn lecker er 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 ich habe mich haben gekillt das ist krasseste trap ist er besser leute könnten es alle auch nicht ändern egal auf youtube oder ganz verleihung ihre nop qr stu vw kann ich noch mit meinem schönen geleiter kurz ich kenne ich kenne ich kenne ich kenne ich kenne ich kenne bitte ab zum auge kann ich euch ganz schön und klaren kommt kann es im klaren kopf war in einem allgemeinen kann die ganze japan kommt aber habe ich eine ich habe aber abzent das ist natürlich nicht was hat überlebt ja aber richtig dann noch richtig viel ausgewählt so viel falsch an kassiert ich habe den gemeisten klima kommt wir bauen uns jetzt hoch und springen gleichzeit von ok wir springen jetzt gleichzeit runter hier oder hier würde ich sagen ab hier wir springen jetzt warte wir springen hier runter ok 11 23 ok kommen wir drauf ein freund wurde auch gerne im klang ich bin der beste ich kann ja war was machen machen wir nicht aufbereit nicht aufbereit machen ganz kurz ich muss mich konzentrieren kurz danke für das abo wichtig ein moment ein moment ich muss ja kurz ein gruppen link nehmen vom goldplan aber ja hä digga er schreibt er schreibt darf ich in euren clan auch wenn der syrer ist egal was das problem alter der wer was gegen ausländer hat ist einfach ein kleiner huren sohn ganz einfach ist so egal wer etwas ging jetzt so dass so toxik wenn man was gegen ausländer haben so aber dann aber dann zum beispiel urlaub nach italien machen aber was gegen ausländer haben ganz ehrlich selber noch anders also ich bin ja nicht mal im goldplan er bot habe ich bin nicht im goldplan ich kann das jetzt nicht entscheiden ich bin ich nehme jetzt den link und tun da rein aber ich glaube laut jerry also goldrago würde er sich im clan aufnehmen ich denke mal das ist in der video beschreibung ist gleich unten also guckt ja europa traur wird das ist gut ja ich bin nur mit freunden ich bin nur mit menschen die nicht hitler sind ja ich weiß was du meinst ok nice ehre ich bin selber franzose ich weiß ja das ist ich bin deutscher das müsste jetzt eigentlich rein theoretisch guckt meine video beschreibung der ist ja schon drin ich guck mal ich guck mal super krater leute einfach cool in den native shop dann habt ihr mich auch als creator eingetragen recht ja hat ja gleich machen ja du kannst jetzt zum beispiel schon mal machen einfach y an er geht nicht und doch das und dann macht ihn immer weg und dann drückt so cool ja das steht doch in der video beschreibung das ist doch einfach nur auf dieses kleine etwas kreuz drücken als auf dieses also ich werde aber voll gefeiert von dem manchen also von manchen spieler aber ich bin bei vielen youtuber bekannt als pro und sogar als krasser controller spieler weil ich ja auch wahrheit ich weiß nicht wie viel leben ich habe ich bin ich ja digger easy clip nein 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 definitiv neu definitiv neu du kleiner wenn ihr mitmachen wollt hier bei unserem turnier sagen wir jetzt meldet euch einfach bei gold trago und seine nummer ist 0 1 3 7 9 100 100 und die enziffern 0 9 das ist deine nummer nein das von dsd die auswendig ich gucke das immer und dann keine ahnung dann ist mir langweilig ich bin halt ein guter auswendig lerner ich lerne schnell warum seid ihr alle so los ja heute ich gebe dir 40 soll ich mache ich es wie man gerade bin man natürlich die gas place nicht die trap hat jemand den tod beim stream auszumachen ich habe einfach die ganze zeit den stream und so weil mir langweilig ist und weil ich mich doppeln haben will er läuft bei mir oder dacke I like turtles Usas Mongral ist mein Name Ja moin Digga, er macht komplett Hitler Aber selber... Digga, mit dir will ich dich befreundet sein Okay, du willst so Digga, du willst direkt bei mir rein Ich habe deine Lulus Deine Lulus Ja, so heißen die Spaß Wie viel würdest du noch schlucken? Mehr als deine Mutter Mein Spaß Oh! Ja moin! Ich habe die Falle getriggert Er hat dich komplett gebracht Ja, zwei Kills, lol Oh, schau Soll ich ihn schweb schocken? Ich hab Bock Fuck, ich bin Trimax Hm, was wir 21er Vollschaubekommen Was? Ach, Digga Das war's wieder komplett Von meiner Seite aus Oh nein Ich war eh Ey, was... Ey, was... Was kommt? Werbung während dem Stream Also... Und da kommt... Asi-TV-Video, was das? Was für Asi-Army-Junge Gold-Army Hat jemand echtes Werbung gemacht? Ja, bei mir kam gerade... Hä, ich hab grad Werbung gemacht? Nee, bei mir kam gerade einfach so aus dem nächsten Video von Asi-TV Und dann hat er über Asi-Army geredet Dass sie richtig Asi ist Hm, ja, bei Feierry Nein, wir haben euch geschossen Wo hast du Glück Bruder, du checkst wirklich gar nichts, oder? Ich hab sogar noch geschossen Ich hab sogar noch geschossen Da darfst du nicht gefeiert Ey Ich muss nochmal kurz die Welt retten Und gleich dann komme ich zu deinem Mann Oh yeah Oh Ich bin mal kurz die Welt retten Und gleich danach komme ich zu deinem Mann Das neue Lied Ich muss noch kurz die Keks retten Oh, der hat euch genommen Ey, ich bin... In der Luft, Digga Er hat 11% Er hat 11% Leben Soll ich rein schwitzen? Ein Zip schwitzt du? Heißt das, wie dich runter schießen? Heißt das, wie dich runter schießen? Soll ich mal rein schwitzen? Was hältst du davon? Ja Ja, er wills halt so, ne? Digga, natürlich Und immer Pickaxe rausholen auf Flex Basis Und immer Pickaxe rausholen auf Flex Basis Ich zieh Ey, das geht ja wohl gar nicht, alter Wie merkst du fast? Oh yeah Ich schütz mit, ich schütz mit, bro Drei Leute Ich schütz mit dem Weltrekord Ja Oh, ich hatte schon mehrer Rumschen gehabt Egal, wir werden gleich paar Squadrunden Vielleicht Ganz kurz jemanden killen, ich hab nur ne Tech ειopolitik Kannst du reklamieren, oh jeder Und noch einen schönen Hit Mit der Steinschuss Ach lüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Das geht doch sterben musste sind das ist ein wenig ich war keine mutter bis tiramisu doch auch wenn das das ob 16 ist aber noch nein ja ich muss mal kurz die welt retten und gleich danach komme ich zu deinem ins bett ja schade dieses mal nur ein kill ja auch immer glücklich schalter kommt ja nicht nur ein okay wollte immer echtes ehre genommen werden ja jungen jetzt sagt die ehre genommen stutter voll damit nein aber ist der hier nimmt ab und zu uns ihre aber nur wenn er glück hat also ein bot egal kein falter an okay wieso nein digga lass mich doch mal ich bin doch am feiten hey digga doch so ehrenlos von dir naja er wird sein impuls aber ich bin nicht besser ist natürlich ist alles immer wieder deinen deine wand deinen boden deinen arschloch digga das glaubt nicht nein das ist mal so kam dass du mich spitzhacken wolltest bitte startet mal nass ich muss mich gerade nicht zu holen ich bin nicht schlafen ich trapp ihn nein ach ich hab trotzdem den kill bekommen warum ich muss noch kurz die welt retten und dann fick ich deinen arschloch heute nacht wie du das hast runter gefällt ja du du ach leul ich krieg nochmal sein kill hätte ich aber muss das kein hit ich bin so groß und hier zwei leute ich muss einen bogen nachladen ja tschüss ich sie so und scope ich bin zu groß und hier kommt ihr mal den secret code 4376 damit alle handys entsperren also ich hab auf google eingegeben und google lügt nicht körper illuminator konferne doch nädig aber so ein kleiner biester so ein kleiner biester warte mal bitte ich habe euch einfach beide mit der stein schuss also der kind war so geil er wird sich gleich mal verarsche von benjamin blümchen kann sein lassen die anmacht entferne ich dich vom stream was was ist wieso ein zwölfjähriger also eine halb 13 jähriger und 13 jähriger wir einfach mod sind und denken wir werden jetzt babbos egal vokuss doch nicht das war kein herz das war nicht er ist so low diga fokus doch nicht ich bin nicht so der fan von süßes und ab und zu darf ich mal ein stück weil das ja alkohol drin war die meisten und meine mutter sagt meine mutter sagt zu mir lügt du bist reif für dein alter du kannst dann ab und zu mal an einem joint ziehen oder so auf jeden twitter auf jeden Fall da sind auch nicht so jetzt die die das sind die die Pommes! Das ist wieder HP! Sag die Brust! Morabel, du schreib falsch das! Ei! Ich und nicht! Ich bin schon groß und ja, komm! Komm da und steh mit mir, Kai! Kai! ich habe ja noch eine auch so muss nein doch das ist alle ging alle die arabische metter arabik ich kann mich auch jetzt bei wie ein lager für place es gibt diesen ein hp den du brauchst und dann überlebst du so ok nach der runde wenn ich jetzt unter schießen dummer arsch gesetzt der röpfe ja so echt ne echter als echten kutzer wie man immer diese wortspiele macht zum beispiel der shot war clean wie jürgen klink man hör auf er hört doch auf runter zu schießen was doch gesagt ohne nach weiter so was machen weil jetzt sind wir zu viel ist doch einer beigetreten oh mein gott ja dann sind ja st weißt du was ich verstehe ich schick dir mal kurz ein Bild da hat mir jemand auf insta gerade eben ein link geschickt für den perfekten suizid werfen wohnen so in der strafe direkt rein egal hört auf zu sparen als hat ganz ehrlich spielt man mit ich habe gesagt spieler es geht halt nicht mit spieler direkt wieder kicken als so jetzt geht mal beide auf ihn digga das war der falte kurz bretten rein er hat hier drei falten bitte noch jeden ich bin doch da auch jemanden gerade eben ein link geschickt aber bis redet mich bis junge kann man so dumm sein und jemanden einfach links schicken wie man sich am besten umbringt hey mann mann also ich hasse tut mir leid ich wusste nicht dass du low warst er spielt halt wieder so toxic hey geht mal in den spielschatz der ist im spielschatz komm mal dieser toastdings ist so toxic der ist traurig so toxic so toxic so 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 low, ne? Er spielt so Toxic. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Ich hab ihn für dich geholt. Ey, bitte. Hallo. Ey, Junge, ich dachte, hey man, Dinger sagt doch nicht, ich warte und dann hol mich. Ja, du killst mich ja, du bist, was? Ey, Dinger, du fackst so ab, Mann. Du hast das fast gekillt, ich musste das machen. Ja, deswegen, warum holst du mich dann? Ja, weil ich wusste, dass du low bist. Toxic und unfair. Ja, echt? Dinger. Warum schießt ihr mich dann auch an? Digga, Biest redet nicht mal, ey. Mann, Digga, er spielt. Oh, Mann, Digga, warum spielen jetzt alle Toxic? Ich werde gepostet. Mann, Digga, warum geht jeder auf mich? Schieß doch nicht runter. Mann, warum geht beide auf mich? Schlimmer. Digga, hör auf zu lachen, ich mein's ernst. Mann, Junge. Fick dich. Fick dich. Einfach geht auf jeden geht. Ich hasse Biest, Alter. Oh, Biest wird sterben. Ey, Mann, warum schießt man runter? Ey, hör auf, Mann, ich mein's ernst, hör jetzt auf zu lachen. Bitte, das witzig. Nein, ich mein's aber jetzt echt ernst, hör auf zu lachen. Guck mal, wie du klären. Ey, das ist doch nicht fair. Junge, Biest, du Hubschraubersohn. Ey, ich ruf ihn jetzt an, Digga. Hubschraubersohn. Guck mal. 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 Digga, er redet nicht mehr, er ist so Toxik. Ey, Alter, Toxik alter Biest. Ich würde schlecheln gleich aus der FA, Alter. Ich werde wieder Fokus. Ja, das bin ich. Ich dachte, du bist Biest. Ja, ich kill alle. Nein, 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 die haben geteamt, die haben geteamt, die haben geteamt. Wir dürfen auch teamen. Ich muss. Was? Nichts egal, die haben geteamt. Ich hab's eh wieder gepusht, Alter. Blutfeuer, du bist auf Tieren, du kannst. Aber Moment. Aber Moment. Jetzt. Boah, nee, ich quitte, Alter. Die teamen, Alter. Boah, nee, also, ich bin jetzt Solo. Er und ich? nicht? Nein, ich würde halt nicht so kurz wissen, wie geht's hin. Ja, ich würde jetzt aber auch noch mal gucken. Hier ist denselbe, doch das sind vier rein. Okay, jetzt ist das Problem. Soll man halt nicht tun, kann man sich nicht tun. das ist kein mitglied mehr als mitgliedern anzugucken kannst machen nur du bist kein mother mehr du bist so ein Hurensohn du bist so irgendwie gestört wer ist das ach ich sehe es dann vielleicht ist es sogar der der mich mobbt das ist das ist ein Hurensohn wenn du komm rein da kommst du ran oder was ist irgendwie ja 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 kommst du einfach rein ich geh mal kurz in die Küche komm dann gleich wieder und ich sehe was ihr schreibt ne Handy zeig ich nur also dann bis gleich ne manchmal ja 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 Vielen Dank. 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 Hello? 800 Vibachs? LOL ... ... ... Das war's. 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 Oh, das war's. 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 Oh. Oh. Das war's. 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 Mach mal nen Vorschlag. Vielleicht mach ich's ja mal irgendwie. Irgendwann. Es ist ja immer noch ein bisschen gef Exodus und ich weiß wie es geht. Gästen durchsuchen Es ist so ein tut mir leid ich hab kein deutsch das ist so toll so ein Tag mit einem Logo warum soll ich das machen Digga achten Tange mit meinem Logo machen als ein als das Logo auf dem Tange machen oder gehen die Kuh ich 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 also so unterwerfen werfen soll ich machen oder wie werfen soll ich machen Das war's für heute. die hier in den ja noch auch siehst du jetzt die Kinder wenn wir dann noch wollen ja das hat genau die dicke ich kann gar kein vorsatz spielen kann das ist ja vorhin ein video gemacht dass du gemacht ist ja und du miskä Ich hole ihn aber noch So einfach geht das Ja äh ich weiß das war Ja du willst ja nicht mehr mit mir spielen Du hast es noch nie gemacht Und dann hast du immer gesagt dass du so scheiße bist Ähm Ja da hab ich halt so Selbst ist er nicht auf dem Baum Ich muss in der Richtung Ja da hat mich so ein kleines Kitty Nach ARK Amt hat meine Accounts Also mein Account Goldauger 02 Hat er 1 zu 1 kopiert Oh das war nicht scheiße Was? Was? Ach ja das war ja die neue scheiß Pump man Ey Mister Na ja ein wenig Ach dann hab ich noch 0 Pump Money Ich muss immer den killen Das war Pump Money ja ja ich habe ja Ja, äh, äh, mein mein Teil, wenn du willst, kannst du. Das ist gescampt. Das ist gescampt. Oh. Mast du bald mal Facecam stream? Ähm, erstens muss ich wissen, wie es überhaupt geht, weil ich nicht voll loob bin. Ich würde es gerne machen, kein Problem. Ja, die hat's drauf. Die hat Pampen und ich hab nichts, weil ich ein Arschloch bin, Alter. Ja, wenn ich weiß, wie das geht. Ah, der ist hier. Ja, wie gesagt, wenn ich weiß, wie das geht, mach ich auch Facecam. Ich sehne mich jetzt auch nicht mehr aus wie eine Wixfresse. Das sieht mittlerweile etwas anderes aus, äh, als wenn ich da her. Warum baue ich denn nicht ein Grabler? Was bin ich für ein Idiot? Warte, die lull ich mir jetzt. Ach, was ist das? Äh, der will ich gleich mal, ich geh schon mal aus dem Ziel. Warum lade ich nach? Äh, ja, mein Mann, mein Teil, wenn du willst, kannst du mitspielen, mitspielen, mitspielen. Mitspielen. Das ist Pechgas. Ja, wenn du mir doch mal dein Name reinschreibst. Oh, da ist ein Jerome. Er ist einfach ein kleiner Kumpel. Er ist einfach ein kleiner Kumpel. und ich muss mich, dass man sich immerhält. Wir können auch schon was machen. Das war's für heute. Die cool kids, die dixie cool kids, Dixie und die getten Aber schrei, die wieder die cool kids Warum lade ich nach? Hi Müller, Leon Tut mir leid, das ist immer wieder das Müller-Sager Die cool kids, die dixie cool kids, Dixie und die getten Ja? Ja, ja, f*** meine Eier man Die cool kids, die dixie cool kids, Dixie cool kids, Dixie cool kids, Dixie und die getten Ich hab dich nicht mehr passen mehr auf mich Ach, das ist bestimmt ein Mätschirm Ist doch kein Loop Geht ihr 5? So wie auch ein Triltschirm? Da liegt es so frei, ich bin wieder der Kuhl-Kütt. Ähm, ja. Ähm, ja. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich komm gleich wieder, okay? Ich muss nur was machen. Bis gleich da. Okay. Vielen Dank. 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 Moment. No one. No one. No one. Vielleicht zum Bauen oder was? Okay. Moment. So. Okay. 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 Ich bin der Ehre. yo ich mache die ganze arbeit Ja, das ist ein bisschen in den Wurz. So, so, so. Okay, 20.000 Film, ja, äh, 15.000. Gott, du hast mich doch weggekickt, Mann. Ei. Der hätte mich einfach nicht weggekriegt. Er ist so total low gewesen. Soll ich wieder rausgehen? Egal, nicht schlimm. Digger ist der Beste. Er war so low, ne? Soll ich wieder rausgehen? Ja, wir sind zuhause. Soll ich wieder rausgehen? Nein. Warum? Hey, weil du mitspielen kannst. In Duos. Ne, wir spielen jetzt so Teams. Ach, klar, okay. Swimmst du noch? Ne, ja doch. Ja, ich stream noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat 11er-Skin. Oh, ist er guter 11er-Skin? Und er redet noch. Er soll sein seltensten Skin auspacken. Ja, der ist eigentlich... Ja. Renegaide Reder. Renegaide Reder. Kannst du reden? Das ist ein Spaß, aber echt geil. Das gehen. Äh. Naja, ich hab keine O-D-Skin, zwar ich bin los. Opfer. Spaß. Kannst du breit drücken? Äh, wie heißt du? Äh, jaaa. X. Was das? Äh, Z. Hä? Auf jeden Fall kann ich, glaube ich, entziffern, da steht Domme am Ende. Was ist für eine Sprache, Dinger? Nein, das ist Schrift. Andere Schrift, ich weiß keine Sprache. Kannst du breit drücken, bitte? Bitte. Bitte. Betten, der ist nur reingekommen, um mit Wendige Söder zu flexen und geht wieder raus. Betten, der ist größter Bot. Ja, man sieht schon, der ist Bot. Junge, bitte. Ey, ich hasse den Rücken. Das haben wir zu schlecht. Mach Team rein. Wurde zu Teams? Mal gucken, ob der dann bereit drückt. Der Typ hat mir eine FA geschickt, Digger. Jetzt mach bereit, Digger. Ey, Mann, bitte, Alter. Ey, Mann, bitte, Alter. Kick ihn raus. Ja, ich kick dich. Ja. Tschüss, ne? Ja, verlässt er von selber. Äh, nur um zu flexen, Alter. So ein guter Mann. Das ist wahrscheinlich der schlechteste auf der Welt, Alter. Wie hast du solche Menschen, ne? Ganz ehrlich. Die flexen sind dabei solche Schwuchteln, Alter. Keine Hobbys. Die haben keine Hobby-Hobbys. Ich bin da, wie gesagt. Fick ich deine Mutter, Baum. Mhm. 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 Oh yeah, I'm a girl. 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 Spaß. Bin ich geil? Nein. Serie? Du bist Gegenteil davon. Du bist Agililiiliiliiliilii. Hello, my friends. Jetzt wollte ich spielen 2.0 oder 5.2. 5.2. 5.2. 2.0 ist mit Pump. juckt mich warum bist du nicht so uns gekommen sprechen aquatic park job und stray kite docks ja das klopfen doch wir probieren aus ich hab schon probiert der riefer aufwand ist warum bist du nicht zu uns gekommen ja wo du in köln was ich war ja bei euch aber warum war ich nicht da er hat er es zu dir gesagt was ist darauf erst mal runterfallen hat er kommt auf die map hier aber ich habe ganz gesagt dass kein bock hat er hat nur einfach kein bock gleich rumhängen alter aber zum glück ist er jetzt in belgien alter kann schön ganzen tag spielen chillen relaxen werden muss kein ich muss keine dumm kommentare abbekommen wenn er mit dem da ist er die kurside von ihm es ist eine auch es gehen ganz dem wieder ja da kommt man die map danke anfang ich sage nur ich sage nur macht den ton aus sonst muss ich rein schwitzen ja du schwitzt gar nicht du bist gleich hoh digga ich fäck deine eier sind wir gleich sehen vi streiten nicht wir schlagen uns uns die kommunikete und die als wo ich bin und so wird weniger doch jetzt einfach ich tanze keiner hätte nicht was los bei uns ja wir wollen nicht halt nicht abschießen ja komm doch kommt doch kommt doch bitte nicht aber deine ehre digga außer sowieso vollzahlen passiert runter komm doch komm komm arbeite dich runter was wir runter bearbeiten traust du dich nicht oh mann runter bearbeiten war gestern die berlinke beleit du fiki na fiki moinki barabarabaa ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht mach doch ich hab mich doch die ganze steinschuss getroffen ja das ist 20 ap hallo mensch ist der vorteil und leistung sind wir können schauen wo ich bin ich weiß aber so ehrensoße sind wir nicht keine losten fahrst du bist du bist du bist du bist du komm wer zu mir kommt ich habe eine glocke eine glocke die waffe du hattest warum schock mir dazu weil ich runtergefallen bin und verreckt bin nein diese hilts oh hell auf runterzuschießen wir haben doch gesagt ja ich habe die ehe 140 hat gegeben einfach besser jetzt du bist du nicht sollte naja vielleicht noch lange nicht spaß vielleicht machst du die kürze in arena aber es macht die kürze normal du setzt dich bei du wolltest kids oder so anmelden also so gut sehen kannst wenn du zwei leute mitmachen würden glody und terry dann dann würde er gewinnt wenn mein bruder und er selber mitmacht er kennt ihr euch persönlich persönlich was ja also mein bruder mein halbruder ist mit ihm beste kumpel und er war ja auch schon bei uns zu hause aber es war nicht dabei wo auch die gar endet clean spaß du bist da ich wollte ihn einspennen und gegen die zunde fallen lassen weißt du du hast richtiges delay drinnen nein du bist kaputt hihihi hihihi Ska Kampfschrot Tommi Schatten Halt deinen Maul Ich kann das voll gut Ich guck grad in der Süd Hä Hey hier ist ne Pyramide in der Luft Warte mal Warte mal bitte Scheiß doch drauf Digga Kann ich aber nicht bauen Unfair Aber bearbeiten kannst du es Ey warum Fokussiert ihr mich Weil du mit dem Raketen Ey Digga hört auf zu zweit auf mich zu gehen Ganz ehrlich Nein Nein Ich komme Oh 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 Du bist Papa Ha Hey Jungen Hau Du bist irrenlos Ganz ehrlich Ich hab's gemacht Weil du's bei mir auch gemacht hast Ich hab das noch nie bei dir gemacht Du bist daran noch nie gestorben Du hast das einmal bei mir gemacht Ja aber du bist noch nie dran gestorben Doch Mh mh Ja 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 Pikachu Eier Hahaha Deine Mutter stinkt nach Schuh Pikachu Deine Mumu Deine Mumu ist so rein wie die Olga Da Ah ja Wenn ich herausfinden sollte wie ich das mit den livecam machen kann na ne da mache ich das auch Er geht doch Ja ich weiß nicht wie das schau komm ich wieder darüber nein oh mein gott bin der beste die geräusche als hätte er durchfall oder so ja nein hör auf karma karma du hurensohn karma digga soo hart nein du hast das doch bei mir auch gemacht ja 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 hab ich es zum ersten mal bei dir gemacht ja doch weißt du was ich dazu sage amen Prizulation Ich lage nicht, ich mekka lasse ich bin berlin er kaum überaus viel später hofer welt was darf ich euch die ehre nehmen ja ja das ist unser fünfter ach du meine güte ach du meine güte hab mein schirm nicht hab mein schirm nicht dafür kaum ich habe mein schirm ich habe mein schirm ich habe mein schirm nicht dafür kommen Digga frisst das Backfisch Frisst das Oh, ist ein Backfisch Attacke Mama Hör auf runterzuschießen Ich hab dich schon verarscht Eigentlich darfst du runterschießen, ne? Weiß Aber es ist ehrensoße Boah, ich hab deine Ehre genommen Aber Bitte lassen sie mich Tschüss Ey, was bist du für ein eSportler? Ich hab... Kann man so ein eSportler? Ja, du bist so ein eSportler, ne? Digga, was bist du für ein eSportler? Blutfire, halt deine verfickte Fresse, okay? Sorry Ich mach dich, mein Blutfire Ich weiß Nein Natürlich schaffe ich es nicht Hä, aber was da passiert ist wieder jemanden stream, der abfuckt Ja Er denkt ihr sie im Leben schickt Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben Na 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 So, ich hab dich geblockt, du kleiner Wichser Du kleiner Sip-Lutscher Naja Komm runter, bitte Wie einfach sofort 6 Bisschen Likes Nein Boom, ich bin einfach der Beste und du bist der Schlechteste, ja Deine Uroma Digga, warte, der wird jetzt erstmal gebankt von deinem Stream und dein Fernseher und so Wer ist es denn? Explodfire Ja Äh Nutzer auf diesem Kanal ausblenden Und bitte melden wegen Beleidigung gegen der eigene Mutter Ja Äh Unerwähnt Nein Hassrede, ihr liebt sie Gewalt Nein, Belästigung oder Mobbing ist besser Ja, weil Huch so ist ein Huch und so, ne? Eine andere Person wird dadurch belästigt, so Ja, meine Mutter, zum Beispiel Und äh Lotfire Lotfire Ich kann ihn nicht entfernen, kann sein, dass er schon entfernt wurde Also, wenn er sowas noch einmal macht, ne? Dann kriegt er, kann er von mir aus einen Bann auf YouTube kostet Weil, wir haben das Recht, weil wir sind, wir haben einen Kanal Beziehungsweise du Egal Six-Degar Minigun Action, action Toot, that was close Awww Mach's gut Ey, ich hätte aber auch geischte Spiel in die Missgeburt geburt da war der handy die gehitter der mutter ist eine mama ist so geil wie metall jedes mal ein dislike kommt sieben dislike und zwei likes natürlich hast du zwei ich glaube erst wenn ich ihn wieder einblenden kann ich ihn entfernen also er faktisch ab das geht aber echt nicht wir hatten ja auch mal streit aber ich habe mich nicht so abgefuckt wie der und wir hatten wegen der behinderte sachen streit warum schießt du mich an du moruck weil ich kann du moruck ich bin doch weggegangen hätte die unlogisch ihr habt ein sandwich mit mir gemacht haben wir beide chihi solo was ist du chihi du wurdest geträgt erste kiste goldene ska blende mal ein auf dem kanal blende mal wieder aus naja ok auf jeden fall das geht auf jeden fall nicht äh da wird die polizei auch noch was von mir hör doch mal auf du bist kaputt was denn der hört nicht auf der ist so ein gestelltes kind wer der typ ist wieder da voll den kratz weder bahn nein jerry du bist tot jerry du bist tot teamt hier zu raus nein ach digger ich habe ihn äh hier hit mit heavy sniper gegeben du abstauber du bist ein wichser du auch ich weiß danke ich hab dich lieb nein spaß ich auch nur homo oh wie süß oh wie süß oh wie süß just like it be like the cool kids alex of cool kids stick sie in to get in und unten ist er und unten ist er okay hey mit kleine kinder dürfen nicht mit feuerzeug hä wo kennt der hinter dem baum wie heißt es nicht checkt ne ich hab's aber echt nicht gecheckt ich bin der beste ich bin der beste das war headshot ein headshot ein headshot ein headshot aber das problem ist dieser blotfire kann ja nicht mal ruhig so alle richtigen beleidigungen die werden gebannt also die richtigen ich hab mich weiter getrappt alter easy so das ist das ist gold ja aber na dankeschön hier meine freundin nerven doch ich gehe nicht erst wollen es ist mir egal was sie darüber sagt wir bauen die skybase bis hoch in den schatz wir bauen das zu geld man ey du bist so ein e-sport ne ach so erster am leben ja dann gehe ich buschen ja 10 hp ja moin oh ich bin der beste ey da ist deine trap noch unten ne der reda ist noch deine trap und du kannst da reingehen ey ich will dich snipen wie das hat mir deinen koko gekriegt ich bin der beste nein ja du bist der arschloch das bist du ich bin hitler spaß was ich muss nicht blocken spaß wen er hat das böse wort er hat den namen gesagt den man nicht sagen darf ist jetzt sind wir bei harry potter kappa Ich bin Harry Potter, was willst du, Alter? Du bist Harry Schnotter, Alter. Harry Schnotter. Harry Schnotter. Unlucky, unlucky. So witzig, mein kleiner Süßki. Fick mit meiner Mutter. Ich hab gerne Frauen. Aua. Aua. Malo. Es bleibt nicht voll, ihr Team. Hat auf mich zu fokussen. Junge, hat auf mich zu fokussen. Voll die langsamen edits, eh. Ich bin langsam, die sind schneller, als du gucken kannst. Langsam. Ha. Schleicht, Kappa. Ui. Ach, schade. Tja, aber kannst du trotzdem leider schaden. Ach ja, du bist so ein Boot. Guck ihn dir an, aber sag's ihm nicht vor. Er ist der Beste. Was auf, er will ich strappen. Ich? Nein. Na klar. Schieß auf ihn, er ist ganz Spigi. Ach, fuck. Look at him. Er gibt sich selber nicht. Jaa. Oh, der ist das scheiße. Oh, oh. Hey. 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 Du hörst mal lange Claro. Dann hätte ich jetzt ... Hätte ich das ... Hätte ich das hingekriegt, ihn noch zu killen, ne ? Hey Ausrede Oh, das ist auch der Voice, Kids. Nein. I'm a toxic dude. I'll say you own, I'll say you own, girl. I love you, bitch. I love you so much. I fuck you, bitch. What do you do when you come for me? What do you want from me? 6-1in. Boika, Boika, Remisterio. Oh, der hat... ich hab ihn so weh. Die Zone ist anders, mies. Ich bin eine Sekunde reingeflogen direkt tot. Ob ich 200 Papier hatte. Das ist ja dumm. Huch. Ja. Dicker. Anders krass von mir geplayt. Will da jemand pushen? Will da jemanden no-scope? Mann, Dicker, baut doch nicht so viel, als hab ich... Gott, der Baumeister. Mit deiner Tür, Edith. Mit deiner Tür, Edith. Boah, das muss ich noch mal im Stream angucken, ganz ehrlich. Hoffentlich ist das die Lane nicht weg. Ich muss gucken, wie ich dir den no-scope verpasst hab, Alter. Wie soll ich selber hingelt aufs? Der Klassiker. Bißger. Ehhhh... Ähhh... Ehhhh... Nungu, nunui. In-di-di-di-di-di-di. In-di-di-di. 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 Hey, jetzt redet Biest wieder nicht alter, weil er was mit seinem Stiefvater klärt. mal was dann schon hoch und sohn wie ist der wichtiges gekreut hat man man der ist ein wixer wieder mit dem film der besteht seine mutter gerade so wie ich weiß nicht ihre genommen an der stelle die gewinnt habe direkt gewonnen habe ich ein gutes gingkombi Ja. Papi papumst an der Mutter durch die Stadt. Och, Digga, jetzt hat ein Ohrwohrung. Pirit to let it go, ham to the ham to, no no no. Haram to the haram to the haram ram ram. Banana et aah, umgamana, si, si, musa, si, musa, si, musa, si, musa, si, musa. Ist das nicht so der K-pop-Song? Ja, ja, der echte. Mein Gott, wie ich getraut habe, wie gar Blumen. Umgamana, si, si, musa, si, musa, si, musa. Die Petra. Nein. Da bin er, ah, da bin er! Nein. Nein. Der No-Skin ist auch noch tot. Ach, der lebt hier auch noch. Ham to the ham to the no no no. Haram to the haram to the haram ram ram ram. Ey, Gold, Spako. Goldfinger. Und das war close. Bro, hast gesehen, wie schläge? Ey, kann dein Kanal gesperrt werden für Songs, die noch gar nicht draußen sind? Ja, Copyright Strike. Ja, aber die sind ja noch gar nicht draußen. Ja, deswegen ja. Ach, dann mach ich jetzt Musik an. Nein. Nein, hör auf. Spaß. Ah, ich wollte ja Benjamin Blümchen anmachen. Ja, das, na, das kein Copyright. Ja. Ja. Das hat, also, das auszukopieren. Nein! Nein! Diese Lache. Diese Sounds, Monteri. Er muss zurückspulen. Benjamin, du schwuler Elefant! Hör mal auf. Du Staci und die Schiene! Hör auf! Hör auf! Ja, das kommt nicht aus. Haha! Digga, was macht das? Er fängt, er fängt direkt an zu schreien. Ey, Goldfinger, mach sowas! Dieses, ah, nein! Digga, das fällt so witzig an mir. Ey, er muss mal zurückbeaten und fängt mal an, wo der Falltag gestorben ist gegen mich. Der so, oh nein! Oh nein! Darf ich euch die Ehre nehmen? Nein! Oh nein! Bin ich einfach an... Ehrenamtig! Ich hasse meinen Lacher so sehr. Oh, er nimmt dich! Ah! Du hast was verkackt! Du hast was verkackt! Hab ich mal mit der Impulse getroffen? Nein! Hör auf, hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich liebe mich schon sehr! Oh. Oh 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 No! Oh 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 Oh. Oh 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 Oh. Komm doch runter! Problempommes! OOOOHH Pommes! du kannst doch nicht mehr auf das singen schaust du da was das war bitte laufszenario anmachen bis damit allerdings damit hier gold trago schön ein copyright strike bekommt fast egal weiß ich du musst glaube ich gucken du musst in der bio von dem lied gucken ob das die copyright er steht schon ganz so wie wir fahren nicht der emote nicht der emote sound hat kein copyright strike pommes ist lecker wie mein bäcker ja und und roter sauce gemischt ja aber weiß das muss ja schon doch wieder ja ja sie getrapt hallo ich habe mein controller gefickt cool und nicht nur von vorne ich hab ihn es gefickt diga erst so kaputt also na ich weiß ernst also hast du ein ja also nicht ganz ich kann nicht mehr richtig kunden ach schon du hast ein und ein halben ja der halbe der ist kaputt die tasse r21 du bist ein junge 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 oder mädchen keine ahnung was du bist ich hab ich hab mich mit stein schuss hoch geschossen und dann habe ich den pumpet gegeben weiter ich hab die ich ich hab's easy geholt easy peasy lemon scusi ich hab deine mutter auch ganz schnell geholt weißt du bei ihr bei kleinen zeiten kirao das ist ja nicht original das ist ja sozusagen ein cover ja ein schlechtes kaputt hat so richtig anmachen der hohrensohn ha 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 baum lecker baum guck mal jetzt wie ich die klöcke guck mal jetzt wie ich dich runter schieße warum hast du das gesagt dann hätte es nicht gelotzt ah ah das ist doch schöne musik warte ja Mann! Da war er weg, die kleine Missert. Was klingelt denn da? Ich bin das nicht. Ich bin der Beste von Kölner Messe. Ich fick euch alle, ich komm zu deiner Adresse. Ficken ist mein Hobby. Mein Hobby, Hobby ist mein Lobby. Mein Hobby, deine Mom. Fuck, lind. Wofür, Jerry? Was? Du Arsch-Gesicht! Hals-Mauer. Ja. Ey! Bist du ein Profi? Dann mach mal ein Lobby. Dann fick ich deine. Irgendwie. Hey! Minder, wanger. Du bist ein Lobby, das ist ein Lobby. Lalalalalalala. Wies? Are you here, Mwumba? Please, don't suck my cock. Stompi! Don't do it, don't do it! Don't do it, don't do it! Stompi, hallo! Stompi will nicht reden. Ja, was ist denn? Du bist so ein Wichse! wie hat die ganze ist einfach fehlt du bist so ein mixer nein nicht schon wieder warte ich mach dich jetzt nach ok mega parson kurichima jetzt ist der FACK äh wieviel ist heute ich bin bis zum siebten entschuldigt glaube ich das heißt ich muss morgen auch nicht in die schule muss noch mal fragen würdet ihr wenn ja ich die vater hätte würdet ihr euch was von ihm sagen lassen ja ich habe auch ein bitte bitte nicht kill bitte nicht kill oh mein gott ich bin der beste cover komm ok ok aber ich muss erstmal full werden ja hier ich bin 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 Battlefields bars Nein, du huren so To party, to party, to party, to party Okay, am Ende machen wir Pump, äh, Trickshots, nur Trickshots. Also, mit dem letzten, mit dem ich noch lebe, was in dem dann, äh, Dings wäre, Goldtago. War's. Ich verkacke jetzt, ich helfe kein Leben mehr. Wenn du überhaupt noch am Ende lebst. War's, Digga. Nein. Hunde runter. Ja. Ja, du hast ja kein Falsch haben. E-Sportler. Ja, Standort. Jax. Digga, wie viel mehr hast du noch? Oh, wie knapp. Ich hab kein Schild mehr. Du blöds. Hä? Digga, was... Ja. Der ist halt aufkauft. Nein, ich bin jetzt wieder da. Oh, bist du wieder da? Oder bist du grad wieder verreckt an der Zone oder so? Er ist wieder da, aber ohne BH. Wegen deiner Macht. Oh, will ich was. Sie ist gern Spinat. Eine Fan. Wie viel Väter hast du? Äh, Jerry. Äh, Spaß. 13. 18 hab ich. Raus. Ich hab Feltgekott, also sieben nicht. Mamo. 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 Look at this dude. Hey, der war doch. Nein, das war Ghostpeak. Ghostpeaker. Er kippt keinen Fall Schaden. also die schildern ausgucken ja nein lasst mich du bist zu ehrenlos doch der erst mal den neuen fokus und golddragoneer für als platens minigandiger der arme ich lücke wer du hos ihn nicht ich tricte hos ihn wo ist er wo ist er wo ist er ja du bist ein arsch wie viel hast du 20 mit deinem haus 1000 aber welche esse hier haben wir da ich hab deine ehre genommen mit kleineren pupsi ich hab dich gekillt ich hab dich gekillt ich hab dich gekillt ich hab dich gekillt... ich hab dich gekillt era hab ichρι li нав Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh! Heftige Hits Hat jemand von euch schon mal einen Schwanz geblasen gehabt? Nein, habe ich noch nicht Habe ich aber auch nicht vor Es ist ein gutes Gefühl, als wenn ihr möchtet, könnt ihr es bei mir machen Na, weil ich... Äh, nein! Fokussierst du mich? Weil ich schon bist Oh, du meinst, der geht vom Rüst Ey, du warst bei 0,1 Sekunde Cool Und dein Leben gleich auch bei 0 0 Muss ich Trap? Ich habe die Trap gesucht, deswegen bin ich irgendwo rumgelaufen Dumm? Ja, ja, das sagen sie alle, ne? Ah, ich rede mit meiner Mama Sie sagte, du bist süß Sag ich so, mein Papa, der sagte, du bist hässlich Bitches Witches Witches, bitches Bitches, I'm a sucking nigga Bitches ficken Bitches ficken Bitches ficken Bitches ficken Das mag ich aber nicht Mit dem man viel will, sagt deine Mutter In der Beste Irgendjemanden von euch habe ich gehittet Hi Leon Okay Warte, ich muss kurz Jerry stream slacken Okay Hey 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 Hör auf, Mann Du bist so ein Wichser Fick dir ne Mutter, Alter Fick dich einfach 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 Was ist da, Mann, der Jeremy Ey, lass dann auch mal bitte ein Normalfight den Ja, aber dann hör auf mich einzubauen, du Mistgeburt Ich hab nix gemacht, okay Doch, das ist mich eingebaut, du Mistgeburt Nee, aber ey, danach gehen wir normalfight Okay Okay, jetzt hab ich alle Waffen Ich hab Impulse und so Achso Ich auch Aber trotzdem alle Waffen Nee Halt mal Ey Ey Ich hätte immer ein bisschen bewegt Lass die Mode in den Chat Deine Mutter Ähm In den Chat Lass sie tanzen Glücklich böse Gott Äh, mein Lieblingsfilm ist eigentlich jetzt gerade im Moment Star Wars 8 und... Meine Lieblingsfarbe ist Brot Deine Lieblingsfarbe ist halt die Fresse, sonst kriegst du eine auf die Fresse Beste Aussage Beste Aussage Ich bin immer noch Mod Also red nicht Ich auch Nein, 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 das ist ein Freund, das ist ein Freund Ey, wenn du weitermachst, ne? Es ist ein Freund, Junge Hey Hey, warum hast du kreativ verlassen? Ich dachte, wir machen nochmal einen Modus Ne, komm, rein Voll Kommt wieder kreativ What the fuck, alter Lalalalala Ja, lalalalala 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 Sanada mongus Deine Omo Ich hab nur noch 10% zum Nutzer Schirmleiter aufgestellt Huuuuh Da hat ja wieder jemand geschrieben Bin zurück Was mein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist Ficken Die Frauen haben immer so ein süßes Gesicht, weißt du? What the fuck? Deine Mom! Deine Mom! Deine Mom! Du hast keine Mom. Ich hab dein Faddy geschwengert. Und seine Oma. Ich hab dein Faddy geschwengert. Und seine Oma. Und dann Opa. Ey, Beast, du bist irgendwie voll lost. Ich seh dich wie die ganze Zeit, diese zwei Waffen wechselt. Der Digga, ich kann nicht wüften. Hey, we're! Hey, we're! Hello, we're! Ey, komm da noch mal raus. Warte mal, rate mal ruhig war! Ehrensoße! Oh, der hat deine Mom gefickt! Deine Oma! ja dann komm mal bei mir rein wie er einfach sofort wieder bereit gemacht hat hast du eine lieblingsklonenlegion von star wars soll man ganz rausgehen nein da wo das gebaute ist ist so eine map so eine arabische arabik wo eine 3 steht hast du eine lieblingsklonenlegion von star wars erzähl doch mal auf jungen habt es gestimmt ähm meine lieblingsklonenversion ist hör doch auf was was leg dich niemals mit jemanden an der guten die die Prozent 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 ja gar nicht mehr und er hat Prozent Prozent Frauen müssen wir haben können und geht ihr mal bitte ich will die ganze Zeit Waffen aufzuhören diese Huren zu und kickt mich er ich bin nicht mal bereit als auch schämt sich drei shops drei noscops drei hits alter schämt sich budi nein aber er schämt sich ich habe es genommen sagt man dazu wir haben so aufhören zu singen du kannst du singen das aufhören sorry mir doch egal das ist bitte warte kämme ich nicht bitte jetzt einmal und das ist so ein fettes kommt davor wenn du mich holst also okay man nennt mich auch mal na man nennt mich echt nun gerade munka ist ich werde Schüge Mon KS, Dude! Mon KS Hey, was meinst du denn mit Leon? Ich versteh das... Das versteh ich nicht Mon KS, Bro, what do you mean? What are you doing? My name is Mon Graal and you are so bad in this game, dude Oh! Take one! What are you so bad? Ich werde dir morgen eine FA auf die Plätze schicken Ich hab das ganze vergessen Man kann mir keine FA schicken Aber schick du mir mal eine Nein, lass mich... Ja, der schickt nämlich nur Pro's FA Spaß Hör doch auf, du Missgeburt! Ich Boah man, fick doch... Warte, mach mal dieses Furzgeräusch Deine Mutter Ich? Ja, mach mal Deine Mutter Was sind das denn... Warte kurz Was sind das für Hurenwaffen, Digga? Ne... Doch Schokolade im Schuh Deine Mutter schwul Hä? Mongrel Classic Genau das gegen Reis Ich bin bei der Versuchung Es hat mal auf dem Missgeburt Bäh Ach... Schokolade im Schuh Deine Mutter schwul Ah ja Deine Oma, Digga Ach, du hörst mich doch Ach, du hörst mich doch Na klar hör ich dich, du Wichse Dachte, du hast mich gestummt Die hab ich nicht mehr gemacht, da hab ich keinen Bock drauf gehabt Schokolade schwul, deine Mutters schwul Spaß Servus Hallo? Nein! 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 Ich hab so viele... Ich hab 10 kills gehabt, ne? Hört mir was zu Ich hab 10 kills Digga, ich hätt ihn so geholt, Mann Aber nein, Mongrel Classic, Digga Ich hab's so geklirrt Das kling GG Leute, tu mal mit den Restarten, wenn ihr gerade hier Oder was... wo war... wo seid ihr denn gerade? Ah, hi, wie geht's? Ich bin's, Luke Kennst du mich nicht? Kennst du mich nicht? Ich bin ein Pro-Player, kann man sagen Okay Nein, kann man nicht Ich weiß, kann's nicht Du O-Roll-Ton! No, stop! Bruder, du bist einfach keins Leute, wo hört ihr denn jetzt drinnen, Mann? Ich seh... ah, hier Diese arabischen Möbler Ey, Mann, doch, da gehen alle auf den Weg, Mann Die Socken in der Liebe, mein Lieber Ich werde mit dem Restarten, Digga Ich hab mich keine... ich kann ja nicht additieren Ja, äh... einer... Jerry kann, glaub ich, schon gestarten Ey, du bist ja schon da, Junge Ja, aber er kann nicht editieren, hallo Ist halt so Muss er nicht Hä, natürlich die editieren, das ist das Wichtigste Jerry, bitte Was ist der Lord? Was ist die sympathische Stimme? Muss ich auf jeden Fall zugeben Was? Was sympathische Stimme Ja Ja No, homo Boa, ist das zu lächerlich Ey, absten! Jetzt soll ich mal jemanden spitzacken hier auf entspannten Ähm... Könnt's... oh das sein ich habe jetzt kein ja ich weiß detox die scheiße in der Hand steht er kann die Wünsche wieder geklappt werden Prozent 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 Leute die Wüste da geht es ja nicht starten aber er ist zu vordern Prozent genau waaaan alter Ziel ist ja jetzt gut jetzt gut so ich hab los LÜK LÜK ich möchte jetzt zu kurz mit mir mit mir und allen anderen oder warte mal ähm ja RESTARTED doch es ist gleich zu Ende ne Sekunden nein die Zahl steigt ja die geht ja nicht niedrig das ein das 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 wir sind im Team wir sind im Team Bruder wir sind im Team wir sind im Team wir sind im Team ne das ist auch nicht okay okay sorry 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 so ne ey ob das nicht geht Digger bei mir hängt Vorteil einfach bei mir halt ist von ist grad Vorteil klar ne 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 wie alt ich bin ne 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 so alt wie du. Ja? Ja ja, wurde hier. Ich mach halt einfach gar nichts. Oh, bessere Spieler, bessere Spieler! Oh, oh, oh! Oh, wir haben einen Headshot-Decker, wir haben einen Headshot-Decker. Böö, Bude, moin, lass uns am Dusch spielen, let's go! Was geht? Was? Mach ich auch ein bisschen lauter bitte. Hä, warum? Was geht? Hast du was zu edizieren jetzt? Nix geht, wenn mir läuft nur. Nein, kann ich nicht. Böööö, kannst du doch deine perfekte Gruppe privat machen. Ja, twin mal kurz. Ja dann, dann verkuss dich doch nicht. Alter, du Bruton. Ey, ich mach meine Gruppe privat, bitte kipp dich. Ey, Gold Dragon ist schon lost, ne? Ja ja. Ich hab' ich, ich hab' ich, ich hab' ich auseinandergenommen, Digga. Guck mal, ich würde easy edit, aber ich kann eigentlich edit, Digga! Jus' so schwul, ey. ja wir sind das jetzt hier ist das deine mutter wix im schuh aber du bist auch ein bisschen los ja was willst du ist halt so du bist richtig lost hat er aber warum quittet er jetzt also ganz los hier wer ja ist er zu ja 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 achten sie doch voll hier weiter ja 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 wie der lacht e-pistiger ha 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 irrefuss oh 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 ja was hey 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 sagge me in a momma oh yeah hier ja das war nur hoch Euer Mann! Mä-Mä! He-He-He-He-He! He-He-He! He-He-He! meine nachvollen nicken nach ich hab voller psychische störung digga lügst du low lower als deine mutter im bett die dddd ich habe noch ein Man hat den 10 oder 9 ja das ist ja wo ist ja 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 Ah du, ich hab deine Mutter geschwankt, weil du sie gestorben wegen Ertäuschung Deine Mama ist so fett wie der Onkel, die von deinem Dad Deine Mama ist so fett wie deine Oma Und deine Mama sagt gerne go Wake me up, I saw you go Na 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 95er Hits, und du hast mich nicht einmal gehitt Wake me up, I saw you go I saw you go go I saw you when you little ass Wake me up, I saw you go go Elter Peter sniped me Wake me up, I saw you go go You saw you go go Du kleiner Gogo Ey du Hoden Kobold Wake me up, I saw you go go Look at my Mann du Hoden Kobold No Don't do it Don't do it Ey, ohne abbauen, hallo Ja, du bist so lost Headshot Leel Ich versuch dich zu noskopen Das will ich sehen Behind you You are gay Welche Waffe ist das? Meine Mutter ihre Waffe Haha, da hat er verfehlt Ich komme mit Steinschuss Da werde ich nicht verfehlen Wow, 32er Komm, komm Siehst du nicht verfehlt Wake me up, I saw you go go Wake me up, I saw you go go This is ane, no, no Wake me up, I saw you go go Your mom is gay Predicts out, bro Ohne abbauen hast du gesagt Hä? Hast du Man war der Beste mit Steinschuss Digger Ich bin einfach der Best satten mit Steinschuss Digger Ich bin einfach dein Vater mit Steinschuss Digger Ahja Kappa Kappa, Mama ich habe dich alle jahre gelogen aber das mein hobby dafür wird man nicht loben der zeit den ich hier bringe ist meine 100 100 april sie mit steinschuss oder ich bin da wie gesagt und deine mama oh ja ich habe gesagt ohne warum ich habe gesagt ohne warum oh um und stop cinema beat ist zum machen um cinema beat mein Name ist mongrel und dir was du are you doing are you dancing waff du waff du waff du waff waff du waff du waff waff Mungraai, its my name how are you doing? is my name hör doch mal auf zu singen, man, du Missgeburt ich hab dich gemu... ich hab dich jetzt gemutet what do you cuck von me loco loco atemlos durch China durch deine Mutter das war krass vollgekommen ey komm ich mach mal die Beine breit und der was ich mach mal die Beine weit auf oh la la und der Lüg der muss mal ganz tief in den Mund rechnen Rachen einspritzen äh ja lassen Löl 100 abdreht sie mit der Steinschuss Gokko Gokko Wie kann man keine Freundschaftsanfrage schicken du musst äh sagen wie der heißt eine Mutter Punkt 4.6 RTL schon wieder hunderte Prezi schon wieder hunderte Prezi nur joker DON'T DO IT ALT 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 huren sonne das hat mich so nicht um ihn doch also mein plätschen ja um ihn doch aber ich denke weil ich den liebe art ist das soccer for pain ich hoffe dass jetzt auf junge hat verstanden dass du aufhören sollst ja du bist geburt ja ich melde euch beide gleich lustig ich dachte du hast nicht gestorben halt die fresse als so fähre du bist voll gestört du kleiner gestörter wichser wir sind eigentlich schon befreundet nein oh no look is dude oh no schau mal nach leon schon wieder getroffen schon wieder getroffen ich hab wieder getroffen ich hab wieder getroffen du bist einfach schon schlecht du bist einfach schon schlecht kappa wieder getroffen autismus kick bei dir deine mutter auch achten haben wir unsere eltern was gemeinsam 100 präzis als bei mir steht dass wir schon freunde sind ja sind wir auch oder was haben wir schon mal gemacht oder sowas glaube ich auch 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 aaaaaaaaaaaaaa.... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Das war's! Warum bist du heute so anstrengend, Digga? Also wir haben schon mal gespielt, das weiß ich aber, dass wir noch nicht, aber dass wir noch nicht befreundet sind. Ja, ich weiß auch nicht. Du hast mega Glück gehabt. Jetzt kommt wieder 100 abredet. Ey, warum müsste ich mich auch mal... Oh, das ist so. Oh. Oh. Fick deine Mutter und ich sag, du alle beide gewinnen. Ich bin nicht mehr... Nee... Nee... Also versteht beide hier, dass wir schon braunen sind. Oder was anderes. Das sind keine Zerstörung. Ach, die Gäste. gemeldet und abgibt sie auflöchst nicht glück soll ich rausgehen hallo soll ich rausgehen hört alle beide auf zu ziehen tun wir ja nicht wir sind einfach nur gut wir sind zu gut wie das spiel ich glaube erinnert gerade seine sachen er macht kopfmassage bei seiner oma schokolade im schuh du hurenkuh rosi auch und da präzis hier hallo und denn er ist junger die Prozent um also ist er wieder durch ein Schuss ab als er noch und er hat doch einfach alle beide aus dem Jahr dass ich echt raus Das ist so. Das ist so. Vamos! Mama! Schokolade Ich hatte 20% Leben, gab Glück Jerry, ich komme Ach, Lieg Nein, also ich glaube, es geht dann, wenn bei dir dann steht, dass ich schon mit dir befreundet bin Also ich glaube, es geht, ja, es sollte ja noch gehen, weil sonst wäre ja befreundet Boom, bam, badabab, boom, bau Du hast ein kleines Booty 2HP, 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 2HP Warte, wenn du 2HP hast Wenn du 2HP hast, dann ist das tot Ich hatte 2HP Oh yeah, 100er Prezi Was ist das für eine Scheiße? Nein Ich habe mir den Kontroll auf dem Sack gerundet, das hat den getan Ich laufe die ganze Zeit mit 36 AP rum Ah ja 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 Hallo, ist das Jeremy? kommt ich wohne in der straße 6 münchengladbach ich wohne in bayern ja komm lass ihn an kero war ja treffen du bastard ich würde ihn diesen warte wie heißt er er redet gerade zu behindert ich würde ich easy klappen in will nein in real life richtig lüge dieser der stress machen will gegen gold ja ich schreibe ich eine vernünftige frage komm berlin ich klapp dich er hat angst digger hat er flattern bekommen aneben er hat kritisch flattern bekommen ich komme mama der lüge ist kannst du meinst von mir ja weil du auch nicht gewollt bist selber was was wass your mama's gay boy die Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Können wir nach Normalteam spielen? Können wir machen. Wenn ihr mal nicht teamen würdet! Wir sind Team gar nicht. Wir sind einfach zu krass! Halt deine Fresse, du kleiner Mixer. Selbbar! Ich gehe gleich raus aus der Gruppe aus Anne. Ich bin Skyu! Äh, können wir, äh, normalteam spielen? Können wir. Lauf mal L2, können wir aber normal spielen. Hör da mal, au, 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 du siehst doch, dass ich ein Kampf bin! Ja und? Soll ich jetzt, äh, Schiedsrichter spielen oder was? Ja, ja, musst du! Hallo! Al! Don't do it! Du bist so ein Wichser, Lück! 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 Das heißt, Lück! Lück! Deine Mutter ist auch so, Digga! Ab wenigstens eine und anstatt zwei Väter zu haben. Das macht wieder mal keinen Sinn. Doch! Deine Mutter hat, äh, Geschlechtsumwandlung gemacht. Wurde es adoptiert. Wurde es, äh, im Labor geschlechtskrankheit, Digga! Eigentlich kannst du jetzt nicht mehr sagen, Jerry. Deine Ehre wurde genommen. Deine Mutter wurde auch genommen. Nee, die wird noch. Ey, bitte, Kim, ich war nicht, ich will ihn ausgucken. Damit der wieder Ehre hat, äh, damit er keine Ehre mehr hat. Junge! Ich sag, lass ihn! Oh, Junge, ich könnte wieder mein unnützig Media, äh, Dings lutschen, aber das Elektro dran, Alter. Das sieht so aus wie so ein Cock, Alter. Kriegt der mich auch nicht Spaß? Aber Jerry, du kannst auch nicht gut bauen, ne? In der Tat. No Scope. Gattel, jetzt. Nein! Nicht weinen, es wird alles gut. Ja, das wird es jetzt. Ja, das wird es jetzt. Bin ich am schwitzen? Nein. Okay, also wenn ich schwitze, sag gescheiß. Ja. Guck ihn dir an. Er wird von einem drittklässler geklappt. Ich geh ja an die dritte Klasse, ne? Also das ist noch in der zweiten Klasse. Ah, ja. Oh, ich komm jetzt in die dritte Klasse. Oh, ich komm jetzt in die dritte Klasse. Oh, ich komm jetzt in die dritte Klasse. Ach, ja. Du bist ja nicht. Oh, ich komm jetzt in die dritte Klasse. Das ist schon ein Team. Oh, ich komm jetzt in die dritte Klasse. geschossen Oh mein Gott, NoScope Da muss es aber stehen! Da steht es aber nicht! What are you talking about? What do you want? What do you mean, bra? Du du, brother, du du! Jetzt hieß du auch ein NoScope? Hey, Digga, warum kriegst du so viel? Ja, wenn ich dich jetzt noch hole, ne? Nein! Ach, Lüge! Ich habe nur einen HP gehabt! Ja, ich hatte auch einen HP Also, Muck nicht! Wie viele Leute sind noch in der Stream? Ja, das war nicht Okay, gut Sollen wir jetzt Team spielen? Und ändere mal deinen Namen für das Video Und ich meine für den Leistung Schreib, ähm Custom Games Und dann spielt Teamrunden Ich will gehen und ich will rausgehen, weißt du? Ich will gehen und ich will rausgehen, weißt du? Oh, da will ich dir! Ich hab deine Mutter gekillt! Ich hab deine Mutter gekillt! Aber warum sind wir so viele jetzt, ne? Kurz, Stan! Ich geh mal zurück zum Zentrum, ne? Kein Bock mehr auf die Scheiße, hier! Okay, ich bin da... What do you want? Oh, me? Hör doch mal auf, man! Ich geh gleich wegen dir raus! Mein Habbies bei dir in der Map ist einer! Ja! Echt? Ja, guck doch! Eigentlich ist ja alles kaputt, ne? Ich guck, wer drin ist! Welche Map ist das? Ah, es ist einfach nur irgendeine Map! Kann man bauen! Das hab ich aber nicht gebaut! Ich weiß! Aber warum gehen dir so viele rein? Mach das mal auf zu, man! Hallo! Ja! Die soll nicht drin sein! Die soll noch rausgehen, Digga! Ich tanze ich wie ein Fisch, du Pisser! Warte! Boah, ich glaub, ich mach mal den Nineties mit Pyramide! Hey, mach mal deine Nineties mit Pyramide, bitte! Warum? Guck mal, wie geil das aussieht! Okay! Kommt jetzt mal raus! Nö! Ja, machen wir jetzt! Mach am besten mit Metall, weil da sieht das am geilsten aus! Ich warte mit... Ich warte jetzt noch eine halbe Minute, wenn die da nicht rausgehen, dann geh ich raus! Dann hab ich auch keinen Bock drauf! Wartet doch mal, wir testen doch mal grad was! Ist mir doch egal! Machst du gerade? Das sieht geil aus, ne? Und wir... Oh mein Gott, wie schnell gehen die, Alter! 10, 9, 8, 7, 6... Ja, wir quitten jetzt! Hör auf! Tier doch mal, du Zicke! Und, wie findest du das? Zicke! Wir werden Bladebild, hör auf! Zicke! Findest du die Nineties geil? Ja! Ah, aber ich weiß... Komm, ich mach dir mal ein paar rum! Okay, ab jetzt nochmal 10 Sekunden! 10, 9, 8... 9, 8... Der Ascht ist klein! Der Penis ist klein! Deine Mama ist klein! Deine Familie ist klein! Lass mal alle kicken! Ich kicke nur einen! Lass nen Drift kicken! Ja, hätt ich auch gemacht! Digga, soll ich mir... Soll ich mir Patrioten... Dings holen? Ich weiß es nicht! Was ist das hier im Modus? Welcher? Der hier? Der neue Modus! Äh, der neue Modus! Ey, Digga! Gamer... Digga, wenn du nicht rierst, verpiss ich jetzt! Erst denken, dann bauen! Lautet die... ...die fiese! Konditionen von Stein und... Man, Digga! Hör auf! Ey, Mann, Alter! Hör auf jetzt, Digga! Hör auf jetzt, Digga! Verpiss ich jetzt! Digga, vergrenzen! Dann mach die Gruppe auf Privat, Junge! Hör auf! Halb die Fresse, Jeremy! Lass den neuen Modus... Ich zack nicht so oft, ich sag ich's nicht so oft. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.